Heyo Leute, Anna hier. Ich denke es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update. Ich hoffe das Video wird jetzt nicht zwischendurch, wie ich es gerade gemacht habe, schwarz, flash und mal. Ich habe gerade Fraps im Hintergrund am Laufen für eine Desktopaufnahme, damit ihr gleich noch was sehen könnt. Gut, was fängt mit der Aufnahme an? Direkt kommt der Frosch in den Hals, natürlich perfektes Timing. Ne, ein kleines Kanalupdate denke ich mal ist mal wieder nötig, denn es wurde ja von 2-3 Leuten inzwischen zurechtgefragt, warum so wenig Uploads kommen. Das hat einige Gründe. Ich denke mal, ihr könnt es verstehen, wenn ich sie alle jetzt nacheinander aufzähle. Logische Sache natürlich, Final Fantasy 3 ist zu Ende. Ich habe noch nicht mit Final Fantasy 4 anfangen können. Die Planung zwar schon so weit, dass ich sagen könnte, ich könnte heute eine Aufnahme machen und die ersten Leute kontaktieren, die mir NPCs synchronisieren. Aber der große Übergrund, warum das bis jetzt nicht ging, den erzähle ich euch gleich auch noch. Also in Final Fantasy 4 leider ist noch nichts gelaufen. Planescape Torment, bis der Jahr, dafür brauche ich halt mehr Zeit, weil ich da immer groß am Planen bin und alles vorspiele, damit ich auch nichts verpasse, um möglichst viel zu zeigen. Dann, na gut, noch ein weiteres Projekt. Ich habe es jetzt schon in Kanalinfo geschrieben. Das nächste, was da noch kommen würde, wäre zum Beispiel Discworld. Das habe ich jetzt zum stabilen Laufen und aufnehmbar gebracht auf DOSBOX. Ich hatte noch gedacht, vielleicht irgendein Gammelprojekt neben mir laufen lassen, dass ich mal wieder so ein bisschen abschalten kann. Wieder irgendwas schön stumpfes, wie es Deadpool damals war oder auch so ein bisschen Lost Vikings. Einfach so ein bisschen mehr Fun für mich und weniger Hardcore-Vorbereitungen. Aber da bin ich noch nicht ganz so sicher, was ich dafür nehmen könnte, sollte, müsste. Ja, Monster Girl Quest, das wollte ich euch jetzt zeigen. Wartet mal, ich muss ganz kurz... FRAPS, naja, wartet mal, machen wir erstmal Sony Vegas. Ne, machen wir erstmal Desktop hier. Sony Vegas auf, PSD, PSD, ach ja toll. Jetzt habe ich es gerade nicht auf kurz, weil ich habe nur meine ganzen Planescape Torment Projektdateien auf kurz, weil aber nicht Monster Girl Quest. Das ist noch Teil 1, hier, Aufnahme Nummer 4. So, FRAPS start, jetzt. Jo, scheint zu laufen, gut. Ihr seht jetzt gerade hier am Laden das Projekt. Dem gescheiten Auge wird jetzt wahrscheinlich was auffallen. Nein, ich will natürlich nicht zu viel spoilern. Ja, Sokobus Village, wer hätte es gedacht, wo wir jetzt dieses Hingehen. Aber wer sich so ein ganz, ganz bisschen mit Schnittsoftware auskennt, der wird hier eine Kleinigkeit erkennen, die mich mal wieder, das zweite Mal jetzt in den Arsch gebissen hat. Und zwar, nur so als bisschen Erklärung, das hier oben sind die Video, nicht Streams, die Video-Takes, oder? Heißt, wenn ich einen Take einfüge. Moment, muss ich nochmal selber gucken. Jetzt stelle ich mich gerade extrem blöd an hier, genau, Audio-Track. Genau, Tracks, das Wort habe ich gesucht. Das hier oben sind die Video-Tracks, also Spielaufnahme seht ihr hier oben, das hier ist der Hintergrund. Und was hier unten sein müsste, das sind die Sound-Dateien. Das heißt, das hier ist meine Stimme, das ist Negoyas Stimme. Und man sieht, dass hier irgendwie was fehlt. Was könnte das wohl sein? Das ist der Spiel-Sound. Ja. Ich glaube, ich habe es noch nicht erklärt gehabt irgendwann mal. Ich nehme Planescape Torment mit Fraps und mit Camtasia auf. Weil Fraps hat große Probleme, die Frame-Rate hinzubekommen und gibt dann immer wieder Bildfehler aus. Die ganze Aufnahme rüber immer so ein Gewackel mit einem Negativ-Bild praktisch. Das geht gar nicht. Aber den Sound nimmt Fraps absolut perfekt auf. Dafür, wenn man mit Camtasia und WE macht mir jetzt irgendwelche Vorschläge, dass ich DX-Tory oder sowas nehmen soll. Zum einen Never Change Running System, zum anderen, nein. Sorry, aber ich steige auf andere Programme um, wenn es mit meinen jetzigen nicht funktioniert. Und bis jetzt hat es funktioniert. Auf jeden Fall. Das Problem ist, Camtasia nimmt das Bild perfekt auf. Allerdings nicht den Sound. Ich glaube, da fehlen die kompletten Kampfgeräusche zum Beispiel. Die Musik spielt, man hört vielleicht noch vom Namenlosen so, ich bin weg. Aber alle möglichen Kampf- und Zaubersounds fehlen. Deswegen, ich nehme das Bild mit Camtasia auf und mit Fraps nebenher noch den Sound mit einer niedriggestellten Auflösung. Also, das hat funktioniert, zusammengeschnitten, dauert nicht lange, fertig. Das Problem ist nur, dass ich um Speicher, nein, böses Bild, ganz böses Bild, dass ich um Speicherplatz zu sparen bei Camtasia so eingestellt habe, dass weder das Mikrofon natürlich und auch nicht der Windows-Sound aufgenommen werden. Und wenn ich dann mal von einer Planescape-Torment-Aufnahme rüber wechsle zu einer Monster Girl Quest-Aufnahme und vergesse, die Einstellung zu wechseln, dann kommt sowas bei raus, wo das Bild zwar schön aufgenommen ist, aber der ganze Sound fehlt. Das heißt, ich habe jetzt hier circa anderthalb Stunden Monster Girl Quest 2 Material, die vierte Aufnahme, die wir gemacht haben, die komplett ohne Sound ist. Das hatte ich schon mal in Monster Girl Quest 1. Ich bin mir wieder auch jetzt gerade nicht sicher, ob ich euch das in den Kommentaren irgendwo geschrieben hatte. Ich glaube, im Video habe ich es nicht gesagt. Das Problem hatte ich schon mal. Das Gute ist halt, man kann aus dem Skript von Monster Girl Quest rauslesen, welche Sound-Effekte wann eingespielt werden und welche Musik wann startet. Es ist allerdings eine riesige Arbeit, jetzt alles da wieder reinzupacken, also die Musikdateien da einzufügen, die Übergänge zu schneiden, die einzelnen Sounds. Jedes einzelne Schwertgeräusch von Luca muss ich da wieder einbauen. Und es ist keine Option für mich, das wieder neu aufzunehmen. Ihr könnt euch denken, wenn ich sowas wie hier das Sokobus Village, ich glaube, wir waren noch in der Spring unterwegs. Ich bin mir gerade nicht sicher, was nochmal jetzt kommt. Ich will es aber nicht nachgucken, sonst spoilere ich euch wieder so ein bisschen, was wir getan haben. Na egal. Auf jeden Fall, ich muss das Ganze alles neu zusammensetzen. Das braucht sehr, sehr viel Zeit und Konzentration. Und die habe ich momentan gar nicht. Das liegt der große Übergrund für meine ganze Problematik. Moment, ich stelle Fraps mal wieder aus. Okay. Der... Verdammt nochmal. Gebt einen Moment. Mist, der Kaffee ist alle. Dann halt das hier. Man muss immer was parat haben für solche Aufnahmen. Der große Übergrund, warum ich momentan keine Zeit habe, ist mal wieder beruflicher Natur. Ihr habt ja inzwischen durch meine kleinen Kanal-Updates und Abonnenten-Specials zwischendurch mitbekommen, wie es bei mir beruflich aussieht. Dass ich zwischendurch Minijob, danach dann Ausbildungsstelle bei einer gewissen Restaurant-Kette hatte. Was dann eher in einem Gehirnwäsche-Verein gehendet ist. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt die letzten zwei bis drei Monate, also fast seit Jahresanfang, nur auf Standby befunden. Die letzte... Oh, ich glaube, ich habe die Videodatei nicht mehr drauf. Moment. Fraps. Naja, schade. Ich glaube, ich hatte es im Final Fantasy Video ja gesagt, dass ich die letzte Aufnahme ungefähr nach Weihnachten gemacht habe. Das heißt, ich habe jetzt Final Fantasy 3, bis es fertig war, praktisch mit Aufnahmen geschafft, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Bei Monster Girl Quest 2 ist es dasselbe. Von daher, mir ist jetzt einfach das Material ausgegangen. Und das liegt daran, dass ich seit Anfang des Jahres dabei war, einen Bewerbungsfilm zu schneiden. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, in welche Branche, welche Richtung das genau geht. Aber ich denke mal, ein paar Leute können sich vorstellen, wenn ein Let's Player ein Bewerbungsvideo macht, mit hier groß Kamera hinstellen und Musik reinschneiden und solchen Sachen, dass es dann irgendwo Richtung gestalterisch am Computer was gehen könnte. Von daher, das hat mich die letzten 2-3 Monate komplett beschäftigt. Und deswegen ist hier auf dem Kanal oder zumindest hier auf meinem PC alles zum Stillstand geraten. Keine Zeit mehr gehabt, um groß neu was aufzunehmen. Eigentlich nur Planescape Tormand und die eine Monster Girl Quest Aufnahme, weil wenn der Goja mal Zeit hat, dann will ich natürlich diese Gelegenheit nicht verschwenden. So wenig Zeit, wie wir beide auf dem selben Punkt mal finden können. Ja, Planescape Tormand und Monster Girl Quest habe ich noch geschafft. Final Fantasy 3, ich habe die Folgen einfach nur geschnitten und für euch hochgeladen. Aber groß was neu aufgenommen habe ich im Endeffekt jetzt nicht mehr in letzter Zeit. Und auch wenn das Video jetzt fertig ist, muss ich es noch abschicken. Ich bin ein wenig im Zugzwang, weil es ist ja schon ein Drittel des Jahres rum. Und das Problem ist, ich muss noch ein bisschen meine Sachen auf den neuesten Stand bringen. Ich habe jetzt schon hier eine schöne Liste angelegt mit möglichen Bewerbungsorten, Firmen, wo ich mich bewerben könnte. Ich muss dafür noch meinen Lebenslauf noch mal ein bisschen verschönern, dass das Ganze nicht so Textdatei mäßig aussieht, sondern ein bisschen hip und cool und solche Sachen. Visuell ansprechend. Jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken sammeln, Leute, entschuldigt. Ja, ich muss das noch aktualisieren. Ich muss noch, ich habe sogar in meine Notizen reingeschrieben, was ich noch machen muss. Ich muss noch ein paar Sachen einscannen. Ich muss das Ganze noch als PDF verpacken und so weiter und so fort. Von daher, das ist halt die Sache. Ich bin momentan, habe ich einen gewissen Zugzwang, Zeitdruck, um das Ganze hier noch fertig zu kriegen, um es an alle Firmen rauszuschicken. Denn sobald das fertig ist, geht es dann wahrscheinlich in mögliche Praktikumsphase über. Also ich will auf keinen Fall sagen, hier ist momentan Schluss. Geht auf jeden Fall weiter. Aber ich habe weniger Zeit dafür. Und erst wenn diese Bewerbungskiste rum ist, dass ich zumindest die 10, 15, 20 Bewerbungen, die ich schreiben möchte, raus habe, dann kann ich mich wieder mit Final Fantasy 4 beschäftigen. Und weitere Projekte, wie es danach weitergeht, vielleicht weniger Uploads, ich hoffe nicht, nicht weniger Uploads als sonst der Fall war. Weil das war ja schon ein guter Minimaldurchschnitt, da geht mehr. Aber ich denke mal 2, 3 Uploads pro Woche, damit sollten wir eigentlich alle halbwegs klarkommen. Auf jeden Fall, ja, dabei bleibt es erstmal. Ich muss die Bewerbungskiste durchkriegen. Ich muss gucken, weil die Firmen momentan da so ein Praktikum voraussetzen, bevor die Ausbildungsstelle dann startet, was ja erst wieder im letzten Quartal des Jahres ist. Oder im dritten oder vierten Quartal des Jahres, je nachdem, welche Firma das ist. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, damit wisst ihr jetzt Bescheid, was abgeht. Also nur so eine Grundidee, warum momentan wenig Videos. Tut mir ein bisschen leid, aber wie heißt es doch so schön bei uns in der WoW-Gilde, Real Life geht leider vor und dagegen ist kein gutes Kraut gewachsen. Und ich hoffe, dieses blöde Video, was ich jetzt hier gerade mit der Webcam aufnehme, das macht nicht die ganze Zeit dieses Geflacker, was es hier macht. Ich weiß nicht, was mit der Webcam los ist, scheint sich nicht mit Fraps zu vertragen. Moment, ich mache Fraps mal nebenher aus. Vielleicht hilft das. Na, flackerst du immer noch? Nee. Hoffenbar, das Vorschaufenster von der Logitech Webcam Software kommt nicht damit klar, wenn Fraps nebenher am Laufen ist. Ich hoffe, das hat sich nicht die Aufnahme kaputt gemacht. Das werde ich gleich sehen. Na gut. Leute, keine Ahnung, ob wir uns demnächst mal wieder in Form eines Update-Videos sehen. Mann, ich habe schon eine Viertelstunde gequatscht. Ich hoffe, ihr habt es durchgehalten. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Let's Play oder vielleicht mal wieder auf diese Art. Wenn ich mehr Infos habe, vielleicht erzähle ich euch auch beim nächsten Mal, dass ich einen Vertrag unter Dach und Fach habe und wie es dann weitergehen wird. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Macht's gut. Schönes, schönen Rest Sonntag euch noch. Auch wenn das Video wahrscheinlich nicht heute noch direkt den Weg ins Internet findet. Ciao.